Hallo zusammen, ich bin es wieder, Alex K. Und zwar wurde mir von der Firma Gefro ein Paket geschickt mit irgendwelchen Lebensmitteln. Ja, packen wir mal aus. Vielen Dank nochmal. Was haben wir denn hier alles drin? Einen guten Appetit-Buch. So, was haben wir denn hier? Okay, das sind jetzt die Produkte, die man da bei der Firma kaufen kann. Okay, Suppen etc. pp. So, jede Menge Werbung, 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 Werbung und nochmal Werbung. So, was ist denn im Karton drin? So, eine Flasche Basilikum. So, was ist an der Firma besonders? Ich dachte, man will das jetzt unbedingt hier kaufen. Und zwar sind es Produkte, die glutenfrei sind und auf natürlicher Weise hergestellt worden sind. Mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Was haben wir hier? Wir haben noch eine klare Suppe. Suppenpulver. Mal gucken, was steht hier alles dran. Auf pflanzliche Basis mit Laktose, glutenfrei, kalorienarm, fettreduziert. Also, da denke ich mal, ist das auch etwas für Veganer. Mal gucken, ob irgendwas tierisches hier drin ist. Das Gemüsebrühe, eine wunderschöne Basis. Also, vier Zutaten. Meersalz, Görntebrühe, Speisesalz, Soja. Das leckere, tolle Palmfett. Zwiebelpulver, Gewürze, Kräuter, Karotten, Karamell, Sellerie, Mais. Ob das jetzt für Veganer geeignet ist, keine Ahnung. Schwingt keiner. Könnt ihr mir ja unten reinschreiben. So, was haben wir hier noch? Dann haben wir hier Gewürzpfeffer. Können wir hier mal aufmachen. Gucken, wie er so praktisch aussieht. Hänger, Press. Ah, riecht lecker. Also, riechen tut der Pfeffer schon mal. Nice. Also ja, ich sitze auch wieder drauf. Dafür wirbt die Firma ja. Weil der Pfeffer vegan ist, glutenfrei, laktosefrei und ohne Zusatzstoffe. Dafür ist die Firma wohl bekannt, dass die solche Produkte herstellen für Veganer und so weiter. So, was haben wir hier? Bella Italia Würzmischung. Auch wieder ein Pulver. Bio. So, was macht man hier mit? Ja, das ist eigentlich, wenn man Tomate, Mozzarella, Sachen macht zum Drüberstreuen. So eine Art Pfeffer, Salz. Ah gut, was haben wir jetzt hier wieder? Bio-Qualität, auf pflanzliche Basis, glutenfrei, ohne Palmfett. Zutaten. Tomaten, Zwiebel, Paprika, Meersalz, Rohzucker, Kräuter, Oregano, Pfeffer, Knoblauch, Sonnenblumenöl, Hefe-Extrakt, Säuremittel. Ja. Oh, proper. Denke ich mal. So, was haben wir noch? Okay, auch noch eine Soße. So, und zwar für 1,2 Liter. Was ist das denn hier? Sauce Bolognese. Okay. Vegan mit Soja. Wieder pflanzlich, ohne geherzete Fette, ohne Farbstoff. Die Zubereitung können wir mal gucken. 4 Esslöffel Pulver. Mit dem Schneebesen in 250 Liter kaltes Wasser einrühren und 2-3 Minuten gucken lassen. Hm. Das schmeckt. Und das soll dann Sauce Bolognese sein. Okay. Jetzt ohne Hackfleisch, ohne alles. Okay. Dann wäre es ja nicht mehr vegan. Na gut. Kann man ja mal probieren. Übrigens an meine Zuschauer, wo ich jetzt sage, könnt ihr probieren. Anfang nächsten Jahres werde ich kochen für euch. Ja. Und zwar, das werden alles Rezepte sein und Gerichte, die ich koche für Leute, die ein kleines Biergit haben. Also das werden alles so Rezepte und Gerichte sein, so um die 5, 6, 7 Euro. Und die werde ich dann für euch zusammenstellen und kochen. Dann könnt ihr dann sehen, was braucht man dafür. Wie schwierig ist es denn für ganz kleines Geld ein gutes Essen zu zaubern. Also abonniert den Kanal. Nächst Jahr wird es interessant. So. Machen wir dann mal weiter, ne? So. Und Nudeln. Ich liebe Nudeln. Ich kann jeden Tag Nudeln essen. Nudeln, 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 Nudeln. So. Was haben wir hier? Irgendwas besonderes. Ballaststoff Nudeln. Okay. Also kann man so schnell noch besser auf die Toilette gehen. Keine Ahnung. Ja. Nudeln. Hartweizengrieß. Mehr kann man da jetzt auch nicht so machen, ne? Sonst ist hier eigentlich nichts drin. Hartweizengrieß. Das ist natürlich cool. Normalerweise wenn man auf so einer Nudelverpackung guckt, da steht dann, äh, weiß der Teufel alles da drin. Vegan mit Ballaststoff. Ja. Haben wir sonst noch mal ein Gedämpchen? Ne. Das war es. Ja. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Ich hoffe es war für euch interessant. Und wenn ihr wollt, bei Gefro könnt ihr auch so ein Testpaket ordern. Den Link mache ich euch unten in die Beschreibung rein. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, nächstes Jahr kommt ein Kochvideo, also mehrere Kochvideos. Das war sehr großes geplant. Gut. Wenn euch das gefallen hat, Daumen auf, Daumen runter und abonniert den Kanal. Aber wie gesagt, das lohnt sich. Bis dann. Ciao.